nun aber zurück hier zu unserer studie und so sehen wir dass wir jetzt mal bei den zähnen angelangt sind und dental amalgam wird seit mehr als 150 jahren für zahnfüllung verwendet aktuell nicht mehr für kinder das ist ja vor allem letzten jahren beschlossen worden und dennoch gibt es genügend menschen die amalgam füllung haben und es kommen auch aus flüchtlingsländern immer wieder menschen zu uns wo es auch standard ist wirklich dieses amalgam auch einzusetzen und es ist auch vor einigen jahren auch selbst in deutschland nicht unüblich gewesen dass man amalgam füllung mit der hand knetet und das zum teil auch noch ohne handschuhe und wo man eben auch keine absaugvorrichtung hatte um eben bei erhitzung oder bei hochtourigen bohrern wo sich das metall erhitzt und dann eben auch verdampft sowohl als therapeut als auch den patienten zu schützen also wir sehen hier das amalgam besteht zwar 50 prozent aus diesem metallischen quecksilber über das wir ja eingangs gesprochen haben dazu kommen silber und kupfer das sind also die dinge die man dann natürlich auch in der ausleitung findet wenn man das mit einer amalgam sanierung vergleicht oder begleitet jetzt die inhalierung und das haben wir auch schon in unserem amalgam video gezeigt dass das genauso ist und es gibt kleine mengen anderer metalle wie zum beispiel zink und diese pulverisierten metalle werden also gemischt mit dem quecksilber das wird eben wie ich gerade erzählte von der hand durchgeführt früher und heute natürlich nicht mehr und das zahnmedizinische personal wird damit dem quecksilber ausgesetzt also kann man eigentlich nur jedem zahnarzt und jeder zahnärztlichen unterstützenden assistierenden person anraten sich dieser thematik mal zu stellen und gegebenenfalls bevor es zu neurologischen erkrankungen wie demenz alzheimer oder anderen neurodegenerativen erkrankungen kommt einer solchen ausleitung zu stellen die freisetzung dieses quecksilbers wird durch den kaufvorgang und durch die temperatur von speisen oder auch bei nikotin kaugummis deutlich verstärkt der quecksilbergehalt im urin spiegelt eigentlich so die anzahl der amalgam füllung wieder hat man herausgefunden hier die studie unter 12 im anhang dann sozusagen auch aufgeführt und es kann zu allergischen reaktionen in der mundhöhle kommen also auch sicherlich autoimmun auch so ein lichen kann sich dort entwickeln übrigens auch durch neue zahnmaterialien die man einsetzt und deswegen ist es schon sinnvoll bevor man etwas einbaut auch zu gucken wie ist die verträglichkeit denn bevor ich was einbaue was ja nicht ausschließt dass es sich im nachhinein entwickeln kann aber dann hat man wenigstens nicht wieder besseren wissens gehandelt und es gibt fallberichte wonach sich symptome nach entfernen der amalgam füllungen besserten das ist sicherlich für die menschen gedacht die ein ganz gutes entgiftungssystem haben diejenigen die dort einschränkungen haben oder die im bereich der mikronährstoffe nicht gut versorgt sind werden natürlich diese positiven effekte wahrscheinlich leider nicht erleben da ist es umso wichtiger dass man auch das untersucht und das eben in die optimal dosis bringt dann hat man quecksilber bei morbus alzheimer geschaut und hat gesehen dass die gehirne von alzheimer patienten diesen erhöhten quecksilbergehalt auch wirklich aufwiesen und es kam zu membranschäden und diese wiederum führten dazu dass diese betroffenen zellen mit den membranschäden auch besonders viel von diesem quecksilber akkumulierten und dass die gesund gebliebenen zellen die also keine membranschäden hatten auch gesund blieben umso wichtiger ist dass wir uns also auch immer um das membranpotenzial kümmern und dass wir eben die mitochondrien uns vornehmen die nämlich die energie dafür liefern dass dieses membranpotenzial aufgebaut werden kann die meisten kanäle für das aufrechterhalten des potenzials notwendig sind wo die elektrolyte hin und her transportiert werden sind nämlich energieabhängig atp abhängig und atp unser brennstoff hat eine halbwertszeit von fünf sekunden und muss bei bedarf immer wieder neu produziert werden den können sie sich nicht auf halde legen da können sie keinen akku keinen nickel was ich kann mir am akku für anlegen da hilft ihnen dieses metall auch nicht und ganz im gegenteil wenn sie unter strom stehen wird mehr freigesetzt also es gibt auch studien hier wahrscheinlich jetzt nicht gleich drin aber es gibt auch studien kann man auf meiner homepage googeln die unter dem einsatz von smartphones oder dem einsatz von magnetresonanz tomographen allerdings die wirklich hoch tesla halting also sieben tesla acht tesla zu einer deutlichen mehr freisetzung von metallen im speichel führen so die auswirkungen sind einschränkungen der denkfähigkeit das wurde epidemiologisch auch hier gut erwiesen dann gibt es das methylquecksilber was überwiegend im fisch ist und fisch ist heute einfach nicht mehr gesund in der form nicht wir haben oder ich habe zum beispiel gestern abend auf n3 gestern war also der 13 10 2020 ein beitrag gesehen von den rainbow warriors also von greenpeace die seinerzeit hier in bremen und bremerhaven dafür demonstriert haben und ihr leben auch riskiert haben um die dünnsäure verklappung vor helgoland zu reduzieren und auch heute ist es noch so dass die hafenschlemme aus hamburg zum beispiel in der nordsee verklappt werden und wir haben vor kokshafen döse dunen schlick felder die dadurch entstanden sind weil ebbe und flut diese gift belasteten schlämme eben auch wieder in das kulturgut norddeutsches wattenmeer tragen und wo man also gefahr läuft zu versacken aber eben würde ich auch da kein fisch mehr essen weil vor allen dingen alles was dort gründelt oder was dort mit muscheln behaftet ist oder auch echte raubfische natürlich deutlich erhöhte belastung mit toxischen metallen hat also wenn fisch dann immer noch aus dem atlantik oder aus dem pazifik aus den großen meeren möglichst am anfang der nahrungskette der hering gilt immer noch als der gesündeste fisch aber fisch aus sehen also ostsee mittelmeer schwarzes meer würde ich nicht mehr essen und so genannter raubfisch der natürlich weiter am ende der nahrungskette steht hat natürlich die vielen kleinen zwischenaufsammler die diese metalle schon akkumuliert haben für sich auch noch mal gegriffen dieser stelle noch mal ganz kurz der hinweis zum aal der aal droht ja auszusterben weil er in der phase seiner geschlechtsreife das fressen einstellt und dann von dem eingemachten lebt also von seinen eingelagerten giften und dann gibt es keine gesunden geschlechtsorgane dann gibt es keine gesunden eier und dann funktioniert das nicht und bei menschen ist es so wenn einer einen knochenbruch hat oder wenn einer eine fasten kur macht oder wenn jemand krankes appetitmangel hat und zum liegen kommt dann werden diese gifte auch freigesetzt und in diesem moment kann er das überhaupt nicht vertragen und gebrauchen und daher würde in diesem fall dann die primärprävention greifen für die die das problem für sich erkannt haben und sagen okay ich kann nicht vorweg laufen aber ich habe jetzt eine option erkannt nämlich die ausleitung die metallausleitung die man mit ärzten die in der deutschen ärztgesellschaft für metallausleitung ausgebildet und fortgebildet werden machen man sieht also hier gibt es auch mengen nicht man sieht also bei zahnarztpersonal dass es zu einer erhöhung der quecksilberkonzentration im urin auf über 500 nanomol pro liter führt mit chronischen denkstörungen wenn sich das im frontalhirn festsetzt dann kriegt man auch persönlichkeitsveränderungen das darf man auch nicht vergessen und das führt natürlich auch zu sozialen störungen die man da hat und darüber hinaus wurde allerdings auch mal gezeigt dass langzeiteffekte auch mal nicht beobachtet wurden und dass es auch hier zwei studien oder eine zumindest gibt die in bezug auf das risiko von schwangerschaften oder für angeborene fehlbildungen keinen kein risiko nachweisen konnten dennoch anorganische quecksilberverbindungen werden wurden bereit eingesetzt früher hatten wir die im